Hallo und herzlich willkommen zu den DHV News. Zu unseren Videos, unseren PR-Spots nur ein kleiner Hinweis diesmal. Ich habe ja schon viel dazu erzählt in den letzten Ausgaben. Wir haben mittlerweile über 300.000 Views auf YouTube und die Kino-Spots laufen in der zweiten Woche und wir haben wieder die Liste veröffentlicht, in welchen Kinos genau die Spots laufen und in welchen Städten. Es ist jetzt in der zweiten Woche noch mal ein bisschen mehr. Also guckt noch mal nach, falls ihr sowieso vielleicht ins Kino wollt, ob vielleicht der Film vorher läuft. Ihr findet den Link wie immer unterhalb dieses Videos. Wir haben diesmal 189 Städte und 334 Kinos, also eine schon ganz ordentliche Bandbreite. Und jetzt noch mal die zweite Woche in Österreich, auch Wien und Graz, da schon die letzte Woche. In Deutschland werden die Spots aber noch einige Wochen weiterlaufen, bis in den Januar rein, bis wir gut 1,7 Millionen Schaltungen erreicht haben. In Hamburg und in Köln wird über Modellprojekte zur Cannabis-Abgabe diskutiert, so wie es auch schon in Berlin und Frankfurt der Fall ist. In Köln haben Grüne und Linke in der Bezirksvertretung Köln Innenstadt einen entsprechenden Antrag eingebracht. Die Stadt Köln als solches ist natürlich dagegen, genauso wie in Berlin auch der Senat gegen diesen Vorstoß des Bezirks ist. Aber im Grunde kann der Bezirk auch ohne die Stadt so einen Antrag beim Bundesinstitut für Arzneimittel stellen. Und es gibt sogar eine Mehrheit in diesem Stadtteilbeirat ohne CDU und SPD, nur mit Grünen, Piraten, Linke und die Fraktion Deine Freunde. Also vielleicht kommt dieser Beschluss in Köln tatsächlich zustande. Und auch in Hamburg wird diskutiert, speziell im Schanzenviertel, da gibt es einen Stadtteilbeirat. Das ist allerdings kein Parlament, das muss man da fein auseinanderhalten. Der Stadtteilbeirat Sternschanze hat auch vorgeschlagen, dass da Coffeeshops eingerichtet werden sollen im Rahmen eines solchen Modellprojekts. Da ist die Problematik ähnlich wie im Görlitzer Park in Berlin, dass da also eine offene Dealerszene am Floraplatz besteht, die sich auch durch Repressionsmaßnahmen nicht nachhaltig verdrängen lässt. Da kann man mit Polizeieinsätzen mal kurz aufräumen, dann dealen die kurz woanders und sind dann ruckzuck auch wieder da. Also eine ganz ähnliche Problematik. Und wer weiß, vielleicht wird tatsächlich auch in Hamburg jetzt immer offener, auch im Bezirksparlament diskutiert und vielleicht kommt auch da so ein Beschluss zustande. Außerhalb von München hätten wir dann tatsächlich alle deutschen Millionenstädte im Boot. Das wäre natürlich klasse. Mal sehen, wie weit wir da kommen. In den Niederlanden tut sich wieder einiges Licht und Schatten, wie wir das gewohnt sind in letzter Zeit aus den Niederlanden. Es gibt nach wie vor Bestrebungen, den relativ offenen Umgang mit Cannabis einzuschränken. Das betrifft in diesem Fall ein Gesetz, das jetzt tatsächlich verabschiedet worden ist und Grow Shops verbieten soll. Also das, was in Deutschland eigentlich auch ganz normal ist und bisher auch in Holland normal war, dass es Läden gibt, wo Anbauzubehör verkauft wird. Auch für den Cannabis Anbau. So was soll jetzt stärker geahndet werden und man muss damit rechnen, dass dann ab 1. März 2015 solche Shops von der Bildfläche verschwinden und dann quasi in neutrale Pflanzen, Zucht, Zubehör, Läden ähnlich wie in Frankreich umgewandelt werden, die also mit Hanf erstmal gar nicht mehr viel zu tun haben. Allerdings gibt es auch gar nicht viele Grow Shops in den Niederlanden. Es wird nicht viele Geschäfte konkret betreffen. Trotzdem politisch gesehen ein deutlicher Rückschritt, obwohl in den Niederlanden der Anbau zumindest auf dem Balkon und Outdoor in Privathand in geringem Umfang für den Eigenverbrauch nach wie vor geduldet wird. Also eine etwas merkwürdige, zwiespältige Angelegenheit, wie auch die ganze Coffeeshop-Politik der Niederlande an sich. Auch für die Coffeeshops, die nach wie vor unangetastet bleiben und weiter bestehen sollen, wird durch dieses Gesetz die Versorgung wahrscheinlich noch schwieriger werden, weil eben der Anbau auch für Coffeeshops in den Niederlanden nicht erlaubt ist und verfolgt wird. Ganz merkwürdig, zumal mit dem Gesetz nicht nur gegen die Grow Shops vorgegangen wird, sondern gegen alles, was irgendwie mit Hanfanbau zu tun hat, also zum Beispiel auch das zur Verfügung stellen von Anbauflächen, Gewerbeflächen zum Beispiel oder gegen Elektriker soll vorgegangen werden, die da irgendwelche Installationen in Grow Rooms machen. Gleichzeitig haben wir aber auch die Nachricht, dass in Amsterdam endlich der erste Cannabis Social Club gegründet worden ist, also ein Zusammenschluss von Konsumenten, die da für ihren eigenen Bedarf gemeinsam anbauen wollen. Die haben eine offizielle Webseite und funktionieren so ähnlich wie die spanischen Cannabis Social Clubs. Allerdings wird man jetzt sehen, inwieweit das bestehen bleibt und die Polizei eventuell eingreift und dann vielleicht auch so ein langer Rechtsstreit dann bevorsteht, wie das in Belgien und Spanien auch der Fall ist. Es bleibt spannend in den Niederlanden. Eine kleine Notiz zu Uruguay. Da haben Parlamentswahlen stattgefunden, die wir mit Spannung beobachtet haben, weil nicht ganz klar war, ob Uruguay tatsächlich auf der Schiene bleibt Richtung Legalisierung. Das war ja eine linke Regierung in Uruguay, die das angestoßen hat und die Konservativen haben gesagt, dass sie nach der Wahl diese Legalisierung einstampfen würden oder zumindest stark verändern würden, einschränken würden und so weiter. Aber die Regierungskoalition hat gewonnen. Die gleiche Partei wie vorher Präsident Mujica stellt jetzt wieder den Präsidenten. Der neue Präsident ist zwar ein bisschen skeptisch, was die ganze Sache angeht, aber es wurde schon angekündigt, die ziehen das jetzt durch. Es zieht sich ein bisschen in Uruguay mit der Produktion und der Installation dieser Hanfapotheken und man rechnet jetzt damit, dass irgendwann im Frühjahr 2015 tatsächlich die Läden eröffnet werden. Allerdings ist der Anbau in Privathand und auch Anbau Clubs sind schon legal und können ungestört operieren. Also der Zug geht weiter. Wir können uns entspannen. Die Wahlen sind für den Hanf auch unter anderem gewonnen in Uruguay. Noch eine kleine Notiz am Rande. Wir können ja jetzt aus den USA immer häufiger auch die konkreten Auswirkungen der Liberalisierung, der Legalisierung von Cannabis als Genussmittel, aber vor allen Dingen in vielen Staaten auch als Medizin beobachten. Und da kommt jetzt die schöne Nachricht rein, dass in US-Bundesstaaten, wo Cannabis als Medizin legal erhältlich ist, die Zahl der Toten durch Überdosierung von Schmerzmitteln gesunken ist. Also offenbar ist für viele Patienten Cannabis ein sichereres Schmerzmittel, als das die bisherigen normalen Pharmaprodukte sind, insbesondere Opiate, die bei einer Überdosierung eben tödlich sind im Gegensatz zu Cannabis. Zum Schluss noch ein Hinweis, eine Dokumentation des WDR, Quarks und Co. Eine Wissenschaftssendung, die vielleicht viele schon gesehen haben, diesmal mit Ralf Kaspers. Und ich bin sowieso schon länger ein Fan von Ralf Kaspers, muss ich hier mal bekennen. Aus dem Kinderkanal ist er mir bekannt mit der Sendung Wissen macht A, wo er mit einem schön skurrilen Humor Dinge gut und lehrreich rüberbringt. Das jetzt für Erwachsene in Quarks und Co. mit einer Sendung, die mich wirklich begeistert hat. 45 Minuten über Cannabis, die Geschichte des Verbots, alle möglichen Hintergründe zur Politik, zu Mythen, zum Beispiel zur Einstiegsdrogentheorie, zu den Wirkungen von Cannabis, auch zu den negativen Wirkungen und den Risiken, die ja nun mal in Cannabis tatsächlich auch auftreten können. Aber realistisch dargestellt und auch immer in Bezug gebracht zu den Risiken von Alkohol. Also eine durch und durch gelungene Sendung, die ich wirklich nur empfehlen kann, auch um sie mal Leuten zu zeigen, die bisher skeptisch sind bei dem Thema, die einer Legalisierung ablehnend gegenüberstehen. Meistens natürlich Eltern, aber ich bin dann schon gefragt worden, kann man das nicht auch für seine Kinder empfehlen, für seine Enkel und Freunde? Natürlich. Also ihr findet den Link wieder unterhalb des Videos. Guckt euch das an, wenn euch das genauso gut gefällt wie mir. Zeigt das möglichst vielen Leuten und redet mit ihnen darüber. Das war's. Ich wünsche noch einen schönen Tag und einen grusamen Abend. Wir sind so weit, dass sie uns bekämpfen. Frau Mordler hat sich umfangreich zu uns geäußert in den letzten Tagen bei diversen Gelegenheiten. Hier zeigen wir euch mal einen Nachrichtenausschnitt zu unseren Spots. Spotsuki. Spotsuki. Vielen Dank.